Das hier sind meine 10 besten Amazon Elternprodukte. Dieser Bilderrahmen, damit dein Kühlschrank nie wieder so aussieht. Der Bilderrahmen öffnet sich nämlich und kann bis zu 60 Kunstwerke festhalten. Diese Türstange, welche bombenfest an deine Tür montiert werden kann, den Kindern oder den Eltern super viel Spaß bereiten kann und 6 Anschlüsse hat. Dieses magnetische Klebeband zum Organisieren und Befestigen von allen möglichen Dingen. Es hinterlässt keine Rückstände, ist wiederverwendbar und dehnbar. Diese Wände, damit deine Kinder oder Tiere nie wieder was unter das Sofa schmeißen. Diese Box, die dir super viel Zeit und Schmerzen spart und die Spielzeuge in 2 Sekunden verstaut sind. Die Links dazu findest du auf meinem Profil.